Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Portal Knights und wieder mit dabei ist die Luna. Hallöchen! Und Deckrisplay. Wey, hallo! Ja und wir sind stehen geblieben in der letzten Folge, dass wir durch das atemberaubende Portal gehen wollten von dem Event. Ja, einmal nach oben und dann links. Achso, genau. Vorne links, in the middle of the street. Ach da hinten, genau. In the middle of the street. Genau. Das haben wir schön viel Zeit verplempert zum Einsammeln der komisch grünen Portalsteine. Aber so ist das, gehört dazu. Und eigentlich wollten wir ja farm gehen, haben wir immer noch nicht. Ja, ich hab ja das mit dem Special Event entdeckt, das müssen wir jetzt natürlich mitnehmen. Auf jeden Fall. Bin gespannt, was da lauert. Oh, hier sind wieder Mumien. Oh, richtig. Aua, Alter. Fast über halbes Leben weg. Ich schieße dann lauert daneben. Komplett geliebt im Team. Wow, bin da. Alter, mach den Mund zu. Du hast den Mund geworfen. Ich hab's gekillt. Ich hab euch gerecht. Sehr gut. Oh, jetzt bin ich tot. Sein Diener hat mich erledigt. Sein Diener? Sein Diener. Noch eine Leiche oder was? Na, eine Mumie, eine normale. Eine Neuzeitenmumie. Kein Pfarrer, O? Ne. Ein Pfarrer mit O. Was ist das hier eigentlich? Der Gift-Spuck läuft. Mann, 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 Mann. Machen die Schaden. A, au, 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 au. Oh, ui. Ui. Alter, der spuckt mich an, der spuckt mich an. Iiii, geh weg. Na, tot. Jetzt hat er mich totgehauen. Oh, nein. Ist das guter als Fernkämpfer. Wir sind selbst für Level 6 zu niedrig. Nee, der ist doch höher, oder? Ja, ich glaube, das ist wegen dem Event, ne? Was ist das für? Die sind 21. Ah, okay. Okay, das erklärt's. Kann natürlich sein, dass die vom Level so hoch sind, wie unser höchstes Map, ne? So, also. Duft'n Aufstieg. Einmal einsetzen, bitte. Moment. Moment. Bin gerade Level 17 geworden, deswegen. Jetzt bin ich ja gespannt. Ah, ich auch, wie ein Flitzebogen. Ich bin so aufgeregt, da krieg ich immer Schorf hinter den Ohren. Oh Gott. Doch, Luder. Mann. Oh, ich hab's jetzt gerade nicht gesehen, ey. Ich hab's doch gar nicht gesetzt. Ich hab... Oh. So, aber Moment. Moment mal, alle guten Dinge sind drei, ne? Sieh direkt davor. Ah, haha. Sehr schön. Oh mein Gott. Wir werden alle sterben. Uh. Gräser des Ordens. Oha. Mission erfüllt links. Unge... Äh, unbekannten Gefilden. Ungekannten, hätte ich fast gesagt. Ungekannten? Oh, 21. Ui. Ui. Gräber des Ordens. Oh, der andere Seite. Ja, ich auch. Einmal hier oben. Komm, gleich hier hoch. Oh, hier gibt's... Hey, hier gibt's Fenster. Hier. Tatsächlich, die sind ja selten. Ah. Oh mein Gott. Da sind Mumien drin. Jetzt sind's gelte. Oh, die schreit. Oh, guck mal, alles mobiliert. Den will ich haben. Den will ich haben. Ich will den Schreit. Das nehm ich hier. Jetzt würde mich aber interessieren, wenn wir hier herziehen, und das Event zu Ende ist. Ja, das ist wahrscheinlich alles weg. Stimmt. Oh, lol. Ja, der ist richtig stark. Ich bin auch gerade gestorben. Ich glaub, äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das nicht als, ähm, Haus, als Wohnort, doch, zur Heimatinsel reisen. Ah, ne, das kann man tatsächlich nicht zur Heimatbase machen. Du stehst? Mhm. Ach, danke für den... Alter, das ist weiter. Den gibst du mir ja wieder. Ach, herrlich. Den kannst du mir gleich wiedergeben. Natürlich. Oh, ich hätte... Jetzt hab ich ihn weggeschmissen. Mhm. So. Was ist denn mit dem schönen? Toll. Den brauch ich aber gar nicht. Du brauchst die normalen... Au! Hä? Wird die helft? Wann jetzt? Wird die helft? Ich hab einfach Schaden bekommen. Lol. Ich mach die Tür auf mit tot. Wieder so ne Mumie. Ne, das ist ein antiker Goldzahn. Dann kann ich den nicht anschließen, da jetzt. Ja, ich brauch ja nicht den goldenen. Ich brauch den rüber nicht. Stell dich doch nicht vor mich. Ja, ich weiß nicht auch. Zwei Stück für euch. Ist ja schon wieder tot, der Gawax. Ja. Du stellst dich die ganze Zeit vor, wie ich das nie treffe. Ach, hör auf. Jetzt bin ich wieder schuld. Hier gibt's ja auch Bücherregale. Ja, die hab ich schon. Und Stühle. Und Fake-Kisten. Fake-Kisten. Zu viel im Inventar. Ich muss irgendwas loswerden. Ich auch. Ich muss danach auch erstmal nach Hause. Hier, Gawax. Sammeln auf. Ach, Kapack. Wo bist denn du? So, ja, was... Was soll ich damit? Hey, das ist ein Magiefläschchen. Toll. Dann halt nicht. Glück, glück, glück. Auf dein Wohl. Wahres Pack. Auf dein Wohl, hab ich doch gesagt. Hier geht's auf jeden Fall auch nicht weiter. Das war's mit dem Schloss. Und was gibt's jetzt hier Tolles noch? Da drüben ist noch ein Brunnen oder so. Ist das noch so ein Boss-Typi? Wo sind wir überhaupt? Bei der 21 irgendwo im Nirgendwo. Da ist so ein Mondzeichen dran. Was haben wir denn hier unten? Da rein? Hey. Ach, du heilige. Oh, oh Gott. Wie weit ich da runter? Okay. Komm, Luna, Attacke. Kommt einfach mal hinterher. Oh, oh Gott, ey. Was ist hier los? Das ist noch warm. Ich mag, du stirb. Tschüss. Mumia, du kriegst jetzt erstmal Granaten von mir ins Gesicht. Gehen wir jetzt links oder rechts? Schon wieder so eine antike Mumia? Ich kriege ja. Och, fast tot, ey. Sind Mumien nicht eigentlich immer antik? Warum steht denn dann antike Mumien? Ja, weil die noch so einen schönen Hut anhat. Onhat. 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 Okay, Chris, spring mal bitte auf den Loll. Hier geht's nicht weiter. Und was ist da? Tschüss. Hier geht's nicht weiter. Doch, da unten rechts, links, meine ich. Warte mal, ich hab da noch Erdblöcke. Ach, da. WTF, okay. Ich baue mir jetzt selber meinen Steg. Scheiß mal auf Topmodel. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Mist, jetzt geht's hier nicht weiter. Du musst runterbauen. Ja, man kann irgendwie nicht runter. Ich will ihn doch gar nicht. Doch, will ich. Der rennt als Brenter. Ich treffe ihn nur nicht. Doch jetzt. Geht Chris schon wieder im Weg. Ja, schieß noch hier unser Fußboden weg. Komm hier nicht weiter, weil du im Weg stehst. Ja, ich komme selber nicht weiter. Doch jetzt müsste es aber gehen. Kannst du mich jetzt überholen, oder was? Nein. Nein, Chris. Oh, heilig. Ich habe gedacht, das reicht. So, jetzt kann ich ihn anschauen. Perfekt. Ja, ist klar. Du hast mich geschubst deswegen. Hast mir noch ein Bein gestellt, bevor ich abspringen konnte. Natürlich. Wir sind alles voll mit Häusern. Ich habe alles mit Vaseline eingeschmiert. Ja. Ja, ausgerutscht. Wo hast du die Vaseline her? Ja. Die habe ich mir von Luna ausgeliehen. Ja, ist klar. Ja, genau. Ich habe nämlich immer Vaseline im Haus. Immer einstecken. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Oh nein. Ja, in der Heimtasche. Genau. Ups. Du musst mich nochmal sterben lassen. Du musst dich nochmal sterben lassen. Ja. Oh nein. Warum das? Ja, ich war... Lange Geschichte. Hier gibt es eh nichts zu holen. Hier ist wieder nur ein Bett. Also, war total sinnlos hier. Der Schein drückt. Ja, ja. Der Schein drückt. Ha. Der Schein drückt hier. Tschüss. Okay, hier ging es aber noch die andere Seite. Ach stimmt, geht ja leichter, wenn man runterspricht. Du hast recht. Hier ging es aber noch... Warum bin ich so blöd und baue mich wieder hoch? Hier war aber noch ein zweiter Gang. Was ist das denn? So, da unten. Was ist das denn da unten? Achso. Aber da sind nur solche Monsterchen. Ob sie die Jahnblöcke gibt es hier. Die brauchen wir auf jeden Fall. Zehn Stück. Wo bist denn du? Wieder unten im Brunnen. Weil... Im Brunnen? Hier ging es weiter noch. Ah, hier ist noch ein Haus. Ja, aber hier geht es... Ach, da! Wo wir runter sind, aber da geht es nämlich noch weiter. Warte. Huiiii. Au. Die sind voll stark, Mann. Geht weg. Geht weg. Ich kann nicht... Jetzt habe ich zehn Obsidian-Blöcke. Die brauchen wir auf jeden Fall. Sehr schön. Um irgendwas zu updaten war das. Ja, stimmt. Wofür braucht man das? Ein grünes Fragment bekommt man hier auch, wenn man die abbaut. Verrückt. Verrückt. Gucke da. Verrückt. Was, gucke da? Ja. Was? Sagt man das nicht so? Na gut. Äh, nein. Ach, schade. Ich weiß nicht. Ich verstehe. So ist es noch mal aus. Hier ist eigentlich meine Hacke immer kaputt. Ich brauche auf jeden Fall auch mal eine neue. Wollen erst eine neue gemacht. Ah. Das ist ein Ende im Gelände. Aua. Oh Gott, das ist so dunkel. Warte, ich leuchte. Was du leuchtest? Ja. Meine aktiv versorgt. Im Dunkeln. Ja, das auch. Oh, hier gibt's auch, hier gibt's auch, äh, Gold. Das nimm mal direkt mit. Ich kann's nicht aufheben. Luna, ich schenke dir das Gold. Oh, das ist aber nett. Vielen Dank. Für meinen neuen Goldzahn. So, ich kann mal wieder mit runter. Ach, jetzt kommt er. Hier, da ist es. Ja, weil ich auch Gold haben möchte. Hast du das schon aufgehoben, Luna? Ja. Okay. Ich hab ja schon alles abgebaut hier. Oh, was ist das? Das glänzt so schön. Das finde ich aber nichts übrig gelassen. Ja, wie so ein, wie so eine Elster. Alles, was glänzt. Wie so eine Elster. Das glänzt so schön. Gleich mitnehmen. Äh, die Frage ist auch, wie kommt man wieder hoch? Einfach wie eben, runterspringen. Ja, aber du meinst nicht, es geht doch irgendwo hoch? Ah, doch. Guckt. Oh, Rucksack voll. Immer ist der Rucksack voll. Ja. Was denn hier drüben war nichts mehr? Hast du es mir geklaut? Ähm, nein, ich hab es für dich aufgehoben. Ach, das ist aber nett. Das war so klar, dass der Gabax wieder alles einsteckt. Ja, ehrlich. Gar nicht. Stimmt, hier geht es echt nicht weiter. Na gut, dann Geronimo. Ein Geronimo. Okay, dann sage ich auch Tschüss. Genau, dann folge ich euch mal im Tod. So, dann gehen wir jetzt ins nächste Haus, oder was? Kraft macht keinen Sinn, ohne euch zu leben. Jetzt wird mal nicht sentimental hier. Reiß dich zusammen, Junge. Reiß dich zusammen. Ah, da bist du. So, ab ins nächste Haus, oder was? Geisterjäger spielen. Da war ich schon. Yeah. Da warst du überhaupt nicht. Ghostbusters. Da war ich schon. Nein, ihr brettt noch ein Haus. Ja, siehst du? Warum ist hier noch alles ganz? Ja, weil ich nicht alles kaputt gehauen habe, wie du. Da gibt es so tolle Sachen, Mama. Echt? Deswegen findet ihr auch nie Footbälle. Weil ja die ganzen Kisten sich kaputt machen. Ja, was sollen wir denn mit Footbällen? Die sind toll. Ach so. Ach so, okay. Also. Jeder braucht ein Football, ja. Platz verschwenden, ja. Wo bin ich denn hingefallen? Oh, das sieht aus wie eine Mine. Du hast eine Mine entdeckt. Mit allem geht es auch runter. Hä? Seid ihr jetzt unter dem Haus? Ja, ich bin runtergefallen hier. In so ein Loch. Geht's noch weiter? Hier oben ist noch was. Oh, Schuhaufstieg. Ich. Danke. Was will ich? Wo seid ihr denn hin? Das ist schon unglaublich, wie, wie, wie Luna es geschafft hat, obwohl sie vom Level her vorher unter uns war und es jetzt überholt hat. Ja. Wo seid ihr jetzt? Frag mich mal warum. Ich bin in irgendein Loch gefallen, also. Ich sehe euch nur unter mir. Ich grab mich jetzt hier runter. Ich grab mich jetzt hier runter. Brauchst eigentlich nicht mit runterkommen, weil wir haben gleich schon das ganze Eisen jetzt hier abgebaut. Komplett. Ich hab euch gefunden. Oh, schnell weg. Hier ist noch Gold. Hier ist noch Gold. Ja, Vorsicht. Nicht runterfallen. Aber ich kann es wieder nicht aufsammeln. Das heißt, ich hacke und ihr sammelt. Ach nee, hier kannst du einfach runter. Guck mal. Ach. Ich dachte, da fehlt man ja auch. Ach, hier ist wie so obsidian. Was ist da? Hier geht es auch weiter runter. Alter. Oh, ein grünes Fragment. Verborgene Höhle. Oh, hier ist auch ganz viel Eisen. Äh, Gold. Eine verborgene Höhle. Und hier ist Dings. Metall. Metal. Genau, Metal. Toll. Ein Block. Euer Ernst. Schönes Gold. Gold brauchen wir auch später wahrscheinlich. Bestimmt, ja. Ja, ich brauch's schon, glaub ich, für die nächsten Sachen. Okay. Ich noch nicht. Deswegen bist du auch so schwach. Ja. Aber nichts überlässt hier. Krieg ich nur das übrige Zeug. Die Reste. Ja. Kann nur den Teller ablecken. Ach, hier ist auch nochmal Gold. Guck mal. Du willst. Teller ablecken ist auch schön. Ja. Lecker Teller. Lecker Teller. Genau. Ich esse den mal mit. Ja, damit ich nichts mehr lecken kann. Ja. Oh, das soll sich jetzt so falsch an. Ah, ja. Also, den Teller. Oh, Mann. Oh, hä? Was will ich denn hier? Warum? Warum? Warum tust du dies? Ja, warum? Ach, hier ist noch mehr Gold. Das ist ja schön. Flupp. Dieses Geräusch, wenn man eine Fackel platziert, ist einfach sehr toll. Warte, lass mich durch. Lass mich vorbei. Oh. Da ist es. Ich hab dich, glaub ich, zugebraut. Nee, doch nicht. Gabax, tu das nicht. Du kannst doch sagen, wenn du nicht mehr mit mir spielen möchtest. Einfach mal lebendig eingebaut. Ja, ehrlich. Nee, die nehmen wir nicht mehr mit. Lebendige Leiber eingesteint. Eingesteint? Stein um Stein baue ich dich ein, ja. Warte mal, da hinten ist auch noch. Eisen. Ich fand Rammstein. Nee, das kenn ich nicht. Was, Stein um Stein baue ich dich ein? Kenn ich auch nicht. Was, das kenn ich nicht? Nee. Ich bin halt kein Rammstein-Hörer. Also, so manche Sachen ja, aber das kenn ich nicht. Nee. Nee. Wissenslücke. Glaub ich. Hör ich mir nachher sofort an. Gabax, natürlich. Genau. Ich glaub, das heißt sogar Stein. Ja, wie Chris. Nee, ich glaub, das heißt sogar Stein um Stein. Was sind wir denn? Weiß aber nicht genau. Müsste ich nachher mal nachschauen. Kann sein, dass das auf dem Sehnsucht-Album war. Nicht das nicht. Ah, doch jetzt. Eisen, Eisen, Eisen haben will. Da geht's nicht weiter. Soll ich mal was für dich mitnehmen? Äh, bis jetzt? Nö. Ich hab Nein gesagt. Wo ich mir das so recht überlege, eher nicht. Klaut alles weg hier, der Gabax. Gibt's doch gar nicht. Gibt es gar nicht. Ninja nennt sich das Ninja. Ninja. Voll obsidian. Ich glaub, so viel brauchen wir gar nicht. Ninja mag. Ja, hier. Na, Ninja. Die Frage ist, wir werden hier nie wieder rauskommen. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Unglaublich. Ich seh nicht mal mehr eure Namen, doch da rechts. Was denn? Ach so, ich dachte, ich kenn dich mal mehr eure Namen. Da ist noch mehr Eisen. Da ist noch mehr Eisen. Eisen, 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 Eisen. Wenn man sich da mal in Minecraft so drüber freuen würde. Geldes Portalstellenfragment, na toll. Wie? Aus dem Eisen raus. Aus dem Eisen. Aus dem Eisen kam das jetzt. Ja, ich hab auch schon Grüne bekommen. Das ist nicht. Echt? Ich bin wieder an der Oberfläche. Ich hab wieder Luft. Du machst Sachen. Hm. War's das aber schon? Ich glaub, jetzt mal hier so Feuertypen an. Was haben wir hier noch? Schon wieder so ein Scheißwurm. Geh weg. Giftmale. Dich essig garantiert nicht. Nee, besser nicht. Sonst kriegt der Bauchweh. Ich kämpfe gegen einen brennenden Knochen. Gegen einen brennenden Knochen? Pust ihn mal aus. Kann denn ein Knochen brennen? Wie geht das eigentlich? Geronimo. Stimmt. Kann ein Knochen brennen? Kann ein Knochen brennen? Bitte? Sonst würden die beim Verbrennen ja übrig bleiben. Tut sie doch. Nee. Kommt Asche raus. Oh Gott, was ist das denn? Oh Gott. Erst bei extrem hohen Temperaturen. Oh mein Gott. Wir sind Spinnen. Oh, Eis und Erz. What the fuck? Chris, ich kann dir nicht helfen. Ich muss abbauen. Gestreifte Araku Tula oder so ähnlich. Oh ja, jetzt kommt die. Von Arachno Fieber. Irgendwas. Aber ich hab's gleich geschafft. Arachnophobie. Ich hab grad den Kampf meines Lebens. Arachno oder wie heißt Spinner auf Lateinisch? Arachno oder Arachne? Also diese... Achnehe. Achnehe. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass dieses Arachnophobie heißt. Ja, das ist klar. Aber das wie das... Nee, das weiß ich nicht. Ekrophilie. Oder Pädophilie. Du wieder. Nämlich. Das sind die Einzigen, die mir gerade so eingefallen sind. Das sind deine Diagnosen wahrscheinlich. Genau. Deswegen kenne ich diese Gute. Aber Eisgalt mal heute. Gabax, äh... Sag mal. Outet sich. Gabax, sein Krankheitsbild. Ich spiel nicht umsonst mit euch, wie diese Kinder spielen. Oh, 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 oh. Also jetzt geht's ja ein bisschen zu weit. Ja, Chris ist eigentlich auch erst 14. Genau. 14,5. Hab ich nachgeschaut. Oh, oh, oh. Ah, bei Wikipedia, aber. Oh Gott. Ich hab deine Mutter gefragt. Ich hab deine Mutter gefragt. Oh, wo kommen denn die Spinnen? Die kommen einfach aus dem... aus dem Boden. Eisenerz hab ich denn jetzt. Ich bin runtergefallen. Den muss man jetzt hochbauen. 14. 14 Eisenerz. Ach ja. Vorsicht, au. Ah, da brennende Knochen, komm. Schon wieder. Ja. Aber Knochen brennen doch erst ab einer bestimmten hohen Temperatur. Da kannst du mal sehen, wie heiß der ist. Ja. Weil sonst, wenn man irgendwas verbrennt, bleibt nämlich immer knochenutrig. Zum Beispiel, wenn du im Lagerfeuer oder sowas Fleisch brätst, dann kann das Fleisch brennen, aber die Knochen nicht. Da kennt der Gabax sich aus, weil der Gabax, der verbrennt immer seine Opfer. Genau. Überbrennt immer die Menschenknochen bei sich. Genau, das ist nämlich viel schwerer, an die loszuwerden, die Knochen. Da muss ich viel höhere Gradzahlen erreichen. Ja. In seinem Knussbaughäßchen. Auf seinem Kanal. In seinem Knussbaughäßchen. Genau. Oh, Eisen. Mit Zuckerguss drüber. Das ist, das macht jetzt keinen Sinn. Das ist jetzt schon so ein bisschen unlogisch. Aha. Aber nur das mit dem Zuckerguss. Der Zuckerguss. Oh Gott. Der Zuckerguss hat, der war einfach eindeutig übertrieben. Alter, diese Spinnen sind ja übel heftig. Naja, und die kommen einfach auf den Boden. Ein Schlag tot. Die frechen, die. Die frechen, die frechen Spinnen. Dieser freche Bub. Lola, und wo saust du gerade rum? Äh, ich kämpfe hier ganz doll. Im Totenwald. Ja, ganz doll kämpfe ich. Also, ja, ne? Ja, ich sehe es. Gegen die Äste. Ja, ja, aber schwerer Kampf. Boah, ich muss mich kurz ausprobieren. Ah! Ich bin schon wieder irgendwo runtergefallen. Ich fände ständig irgendwo runter. Ja, das ist wahr. Eigentlich. Wir haben hier jedes Loch mit. Gibt's gar nicht. Das hört sich so falsch an. Ja! Ich wusste, dass das rauskommt. Ehrlich. Ja. Ja, und ich sehe schon wieder, das war schon wieder einer Folge. Ah, hier ist auch gar nichts weiter. Kann das sein? Es war aber unspannt. Ja, momentan ist ja nichts mehr. Dafür der Stress. Ob sich das hier lohnt hat? Ich weiß nicht. Ich habe da... Also, ich habe irgendwie die Mission noch nicht abgeschlossen. Kann das sein? Doch, oder? Doch, doch, doch. Habe ich. Ne, das war... Dachte gerade. Ja, alles klar. Ich würde sagen, wir sind jetzt schon eigentlich so weit, dass wir dann beenden. Können. Und dann, was machen wir denn Schönes in der nächsten Folge eigentlich? Farmen? Farmen, ja. Farmen, neue Rüstung. Yay. Yay, genau. Dann können wir eigentlich mal wieder zurück in unser... Oh ja, ich muss mich neu einrichten. Ich habe ja ein paar Sachen mitgenommen. Ich muss noch was wegschmeißen. Baller uns schon mal zurück und währenddessen können wir ja... So, cool, mehr. Ja, würde ich sagen, ne? Dann, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen. Daumen dalassen. Und mal bei den anderen Kanälen vorbeischauen, wie der Chris oder die Luna. Chris Play und Luna. Ja, alles klar. Dann schaut einfach bei der nächsten Folge wieder rein. Bis dann. Ciao. Tschüss.